Der Sport hat mir auf jeden Fall richtig viele Werte vermittelt, die ich auch im Alltag besser zu schätzen weiß durch den Sport und durch meine sportlichen Erfahrungen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es wichtig ist, Chancen, die sich auftun, zu ergreifen. Also, dass man auch jede Chance nutzt, die sich einem bietet. Es gibt ja auch so genug Chancen, Ungleichheiten im Sport, einfach durch unterschiedliche Herkünfte oder Kinder, die vielleicht nicht den Background haben, dass ihre Eltern, die zum Beispiel die finanziellen Möglichkeiten haben, um sie zu unterstützen. Und da finde ich es total wichtig, dass man da auch das vielleicht ein bisschen aus den Vereinen und aus den Sportverbänden unterstützt wird, um diese Chancen anzugleichen. Ich finde es wichtig, immer nach Chancengleichheit zu streben, also die Chancen so gleich wie möglich zu verteilen unter den Sportlern. Man sollte halt nur insoweit seine eigenen Chancen verbessern, dass man nicht in die Chancen der anderen Sportler eingreift. Vielen Dank!